Liebe Fans vom FC Erzgebirge Aue, Spiele gegen Kaiserslautern sind immer etwas Besonderes und genau aus diesem Grund werde ich mir das am Samstag nicht entgehen lassen und live im Stadion sein. Ich hoffe auch ihr seid dort, damit wir gemeinsam unser Team unterstützen können und die drei Punkte bei uns im Schach bleiben. Ich zähle auf euch, euer Kevin Schlitte.